Moin mo leute was geht und damit herzlich willkommen zu einer neuen folge minecraft story mode ja in der letzten folge wohnen wir ja auch hier beim trade beschissen ich sag ja nur gtm trade ja und wir sollen den typen jetzt wieder finden der uns hier gerade beschissen hat okay gucken wir uns mal das schild hier an erst mal vortrag von gabriel ist ausverkauft ich glaube die keynote ist dieser vortrag okay gehen wir mal zu lukas wir sollten ja mit ihm reden was up with you nothing what's up with you i just said nothing hey uh congrats on the win i mean i still think our beacon was amazing but you guys did a pretty good job too i mean i thought the whole monster theme was plenty cool but fireworks too you know that stunt your friend pulled really hurt my pig okay maybe but i had nothing to do with that he's still missing you no sorry i hope you find him soon hey you didn't happen to see a creepy guy with long hair and a beard roaming around did you i don't think so why he kind of scammed petra out of a diamond earlier oh everyone knows you don't mess with petra not if you know what's good for you i'll keep an eye out okay thanks i appreciate it so we're cool yeah we're cool 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 see you later okay so dann haben wir uns schon mal mit lukas vertragen naja der dj stand die verwenden wir jetzt mal okay ist was ich glaube wir hätten es nie erst ansehen müssen und dann was damit machen müssen ich glaube ja wohl vom vorteil gewesen dann reden wir jetzt mal mit axel thought you could just wiggle right out of that trap didn't you well wiggle as much as you want you're not going anywhere axel listen up any chance you've seen a creepy looking beardy guy anywhere no petra told me what happened i'm keeping an eye out for him okay so i got a little distracted it's just this machine presses all my buttons unnecessarily complicated mean the birds for no reason it's just when something like this calls you got an answer but i swear as soon as soon as we're doing it's not messing around we need your help i was looking i swear i've just got a short attention span have you seen ruben i was hoping he might have made it to tell while i was distracted i haven't seen hide nor hair but i'm sure he's fine he's a tough little ham axel all right all right all look after i watch one more chicken get on i see you now weirdo oh da haben wir ihn doch okay dann gucken wir uns den doch mal an ja wow das ist ein teen trash bad wow das ist der sack ja weg mit dem so dem sack okay juhu dann wollen wir mal ein bisschen ich versuche mal weiter zu gehen so da ist eivor den packen wir jetzt mal los hey what do you think you're what do you think you're doing oh i'm sorry get away from me sorry sorry mua 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 oh das hört sich nach schwein an fresh off the bone um okay nothing sticks to your ribs quite like a juicy pork chop ruben what's a big idea i'm trying to run a business here that's my pig oh really well i found him out in the woods so i think that makes him my pig not the fattest pig i've ever seen well he should cook up real nice anyway he's not food yeah but he is not to eat once i butcher the thing we can all have a beast not that chicken yeah i like the jawa myself just a fancy word for cheese oh come on i might be amenable to some kind of trade not that you look like you got much of value i gotta get some kind of return on my investment aggression give me back my pig alright you little maniac fine take em he's yours come on ruben so kann man's auch machen sorry ruben never should have let you run off in the woods soo da sehen wir doch jemanden der uns eventu auch von nöten also zur Hilfe sein könnte ja genau long story short we met up with this guy he cheated me and petra on a deal and now we're trying to track him down you in oh i'm in alright any sign of him i thought i saw him earlier but it was just a false alarm wait there he is looks like he's heading towards the hall ah that's a door okay we're gonna have to get past that usher to follow him let's go so yeah hey what would it take to get us inside tonight what would it take to get us inside tonight oh tickets hahahaha hahahaha that was a good one we have no cards we had tickets but we lost them ah man i hate it when stuff like that happens ugh me too i feel like such an idiot Ich bin entschuldigt, aber keine Tickets, keine Show. Chicken! 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 Es ist weg. Du bist total gut. Du warst total cool. Wir müssen etwas machen. Wie was? Das Show hat seit Jahren geliefert. Ich könnte direkt durchlaufen. Ich brauche nur ein kleines Wind-Up-Rum. Ja, wir müssen den Öffi anlegen. Die Hühner-Maschine könnte eine Distraktion sein. Der Öffi ist Angst vor den Hühnern. Was würdest du sagen, wenn ich dir gesagt habe, ich will diesen Hühnern-Maschine verbrechen, um die Mutter aller Distraktion zu schaffen? Aber du musst diese Hühnern-Maschine verbrechen. Wie würdest du es erreichen? Schauen wir mal. Es muss etwas, was wir tun können. Ja, müssen wir mal gucken. Hühner-Maschine. Wir verwenden sie einfach mal. Wir verwenden sie einfach. Oh, okay. Oh, okay. Ist schon mal nicht die Lösung. Okay. Eine Schleim-Demo. Die sehen wir uns jetzt mal an. Hmm. Ich hoffe, ich könnte das Glas mit einem Schleim-Block erreichen. Ja, es könnte funktionieren. Jetzt wissen wir ja aus Jump World, dass Schleim-Sprünge durchaus funktionieren. Verwendet mal meinen Schleim-Sprünge. Oh, sie ist schon wieder. Ja. Wir haben schon eine Schleim-Block. Wir haben ja nur eine Schleim-Block. Wir haben heute eine Schleim-Block. Wir haben ja nur zwei Schleim-Block. Wir haben ja nur zwei Schleim-Block. Wir können deine Schleim-Blocken aufnehmen, wenn du neun Schleim-Blocken hast. Ich bin wirklich entschuldig, Herr. Ich habe echt eine Schleim-Blocken gemacht. Ich habe wirklich gedacht, dass du jemand anderes war. Entschuldigung. Eine Schleim-Blocken für alle. Okay. Okay. Ja, wir haben neun. Okay. Wollen wir nochmal versuchen? Vielleicht gibt sie uns ja noch einen. Weiß man ja nicht. Oh, jetzt glaube ich es hat keinen Sinn. Das wird ja wohl nichts. Okay. Dann müssen wir mal gucken. Oh, haben wir hier noch Schleim? Hm. Also ich sehe jetzt hier auch. Anheb... Lukas sehe ich hier. Wir sprechen natürlich erstmal mit Ruben. Ist klar. Der geht vor. Ruben, ich brauche deine Gelegenheit. Was würdest du in einer solchen Situation machen? Ich höre dich, Bruder. Ach ja. Warte mal. Reden wir mal mit dem Platzanweiser. Ich will ja alles anticken immer. Du und jede Person hier ohne ein Ticket. Das wird wohl auch nicht sein. Ja. Ja. Hey, Lucas. Kannst du mir ein favorit machen? Alles ist möglich. Ich brauche Slime-Ball. Ich versuche, ich habe eine wirklich gute Explanation. Was auch immer ihr euch macht, feldet mich in. Danke, Lucas. Ja. Ich habe dir gesagt, er war sinnvoll. Oh Mann. Dieser Mann ist nicht wirklich cool, ist er? Er bleibt, um zu sehen. Es ist Zeit. Also, habt ihr euch zusammengefasst? Du hast gute Chemie. Bist du stolz? Ich sage nur. Ich denke, ich denke, es geht überhaupt nicht, wie ein Schleimblock geht. Das muss ich leider nachdenken. Ah, okay. So geht ein Schleimblock. Wie geht's, Jesse? Du weißt, wie es geht. Du weißt, wie es geht. Es ist klar. Haben. Danke. Mal reinpacken hier. Na. Hallo. Tadaa. Ein Schleimblock. Gross. Ich nehme das. Riiiight. Da. Es ist alles du, Jesse. Gib mir einen Bust. Okay. Jetzt klären wir das mal hoch. So, dann wollen wir mal unsere Jump Skills aus Jump World mal preisgeben hier. Es geht so und dann machen wir es so. Zack. Sehr gut. Okay. Ah. Okay. So funktioniert das also. Sehr schön. Okay. Okay, dann geh mal runter. Okay, dann geh mal runter. Das ist schwarz auf jeden Fall. Na gut. Da brauchen wir mal ein bisschen... Bücherregal. Oh, hallo. Ja. Ja. Können wir mal machen. Hey, Goldschwert ist echt nicht die beste Idee, aber wenn man es schon so findet, dann kann man es auch nutzen, oder? Ja. Findet irgendwas? Ich will das und das. Ich will nur auf das. Ah, das ist klar. Ja. Ein raffinierter Tank. Ja. 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 Na, das ist so möglich. Ja. 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 Also, du machst das gleiche Gegenteil, was ich nur gefragt habe. Nein. Ja. Der Dief, der immer seine Träume bequemt. Oh, er hatte das perfekte Krieg. Haha, alles klar. Ah, der Vater hat aber gerade einen Hegel gefunden. Okay, dann ziehen wir den mal, würde ich sagen. Ich frage mich, ob ich nur einen näheren Blick nehme. Hast du das Gefühl? Es ist fast pulsierend. Ein Kommandblock? Ist das eine Maschine? Wenn es ist, dann ist es nicht wie jede Maschine, die ich noch nie gesehen habe. Nicht vergessen, was wir hier sind. Find that skull. Hey Kuster, gucken wir mal rein. So, gute Neues, weirte Neues? Ich habe den Skull gefunden, aber... Was? Warum würde ich meinen Nacken für den Skull, wenn er zwei von ihnen hat? Er war in so einer Zeit, um ihn zu holen. Es muss hier etwas größer sein sein. Etwas, was wir einfach nicht sehen. Es muss sich sehr gut sein, oder? Würde ich jetzt mal so sagen. Der Kest mit den Skull, wurde hier mit alles geblieben. Das muss etwas sein sein. Aber was? Ich glaube, ich weiß, was hier passiert. Soul Sand plus drei mit der Skull. Das ist die Recipe für eine Wither. Aber eine Wither? Das ist... Das ist... Das ist... Wir kamen hier runter, um einen Skull zu finden. Wir haben ihn gefunden. Vielleicht sollten wir es nur holen und raus raus. Während wir es noch nicht können. Ah, Leute! Skatter! Schnauhr! Wir schnauern! Schnauern! Schnauern. Schnauern! 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 Wir laufen da rein. Ach du bist so bekloppt ey, das war ja nie dumm. Mann, oh Mann, oh Mann. Ach Mann, ach Mann, ach Mann. Es ist nur eine Freizeitzeit bis er uns findet. Was sollst du damit machen? Ich habe das, was ich will, und du hast genau das, was du gewonnen hast. Jetzt raus, bevor ich dich rauskomme. Wir wissen, was du hier machst. Soul Sand und drei Wither Skulls. Du bist ein Wither. Hm. 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 Hey, niemand spricht mit meinen Freunden so. Jetzt schaue deinen Mund. Oder sonst. Enough. Du hast schon zu viel Zeit verhastet. Ähm. Where did he go? Oh oh. Das sieht böse aus. Okay. Das sieht nicht so gut aus für uns. Boah. Ah. Runter, runter, runter. Sehr gut. Schnell. Abhauen, 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 abhauen. Gut. Äh. Oh. Warte, warte, warte. So. Ich würde sagen, hier ist die Folge. Jetzt aber auch schon vorbei. Wir sind schon über 20 Minuten. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüssi.